das ist jetzt hier die offizielle des heiratsangebot hier du warst ja da ein promi big bradet drin bist da leider rausgekommen ich hätte es nie gedacht und das ist jetzt hier per video hochzeitsantrag oder wie nennt man das heiratsantrag oder was sie also melde ich eben die maus hier und dann gucken wir ja keine kohle für die hochzeit die willige also bis dann ihr macht's gut ihr evelie maus und dann möchte ich bis dann